Fast. Wir waren schon knapp dran, Leute. Wir waren schon echt knapp dran. Wir leben noch! Nein, wir leben nicht mehr! Und dann schleim ich dann willkommen zu einer kleinen Folge Happy Wheels. Ja, ich weiß, diese Spiele sind schon ziemlich alt und keiner spielt es mehr heutzutage. Aber das interessiert mich nicht, weil ich bin der Chris und ich spiele immer wieder gerne alte Spiele. Und ich nehme dieses ganze Video gerade ans Silvester auf. Deswegen, falls ihr irgendwelche Leute hört, die gerade hier schon rumschießen, lasst euch die Info sein, es ist gerade erst 18 Uhr. Ich weiß nicht, warum die jetzt schon mit Böllern und Raketen anfangen. Jetzt, ich kann mich hier gar nicht so genau aus. Melon Mover klingt doch ganz gut. Nee, 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 das nehmen wir nicht. Ich vernehme 10.000.000.000 easy. Ja, ja, ja. Okay, das spielen wir mal. Ich glaube, ich weiß noch, wie das Spiel geht, ungefähr. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Ich weiß nicht, wie das Spiel geht. Eine Ewigkeit später. Okay, Leute, das Level ist scheiße. Wir gehen mal wieder her. Kill some evil kids. Das sieht doch viel besser aus. Evil children are attacking. Ja, Kinder sind generell immer böse. Verdammte Scheiße, Mann. Okay. Wir werden es schaffen. Oh, 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 oh. War, war jetzt, war jetzt nicht so gut. Okay. Okay. Was? Was war das? Jetzt langsam voran. Langsam voran. Okay. Und. Wow. Just do it. Das klingt doch gut. Das klingt doch sehr schön. So, Maus ein bisschen wegbewegen. Und ich bin bereit. Okay. Sieht scheiße aus, Jungs. Sieht scheiße aus. Fast. Wir müssen hier taktisch drangehen. Erstmal so. Wir waren schon knapp dran, Leute. Wir waren schon echt knapp dran. Wir leben noch. Nein, wir leben nicht mehr. Nein, verdammt. Nein. Nein. Jungs, ich geb's auf. Center's Adventure. Ich liebe den Weihnachtsmann. Es war ja neulich auch Weihnachten. Meine lieben Elfenfreunde. Ja, das würde ich auch sagen. Vote for me. For better happy town. Helicopter man. Okay. Nee. Ist eigentlich nicht so. Verdammt. Wir leben noch. Wir leben noch. Weak, Weak Eyes. Okay. Okay. Das war gar kein Ding. Slow down. Eject. Set. Hallo. Nein. Das war jetzt nicht so toll. Okay, Jungs. Okay. Slow down. Jetzt. Fliegen wir hier hoch. Nein. Fliegen wir hier hoch. Ach. Dieser verfickte Elf. Der fangt. Wir fliegen da. Ho, ho, ho. Wir fliegen da. Verfickte Scheiße, Mann. Wir fliegen da hoch. Und jetzt, eject. Das ist doch jetzt hier. Ja. Nein. Nein. Los. Eine abgedreggene Schuld an der Gesellschaft später. Okay, das schaffe ich. Okay, komm, komm. Ja. Yes, Leute. Ich hab's geschafft. Okay. Exit to menu. Sehr gut. Sehr gut. Wir nehmen das nächste Level. Christmas Pogo Jump. Okay. Welcome to my Christmas Pogo Jump. Ah. Okay. So, wir bringen uns erstmal in die Position. Ja, meine liebe Freunde. So, und... Troll. Wir sind elf. Rudolf. Ich mag Rudolf. Okay. Rudolf. Oh. Okay. 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 So. Miss Claude. Oh. 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 Das ist die Schmerz. Oh. Oh Gott. Das wollte ich nicht. Oh, das ist die Schmerzverlaufs. Oh. Mr. Claus. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Mr. Claus. Und... Snowzilla. Ah. Didn't expect you to pass that. Ja. Habe ich auch nicht gedacht. Ehrlich gesagt. Press the present. Oh Mann. Ich verstehe das nicht. Leute. Ich verstehe das nicht. Oh Mann. Jetzt habe ich schon geschafft. Und jetzt bin ich... Ach. Das ist doch... Ja. Scheiße. Ja. Okay. Ein letztes Level noch. Ein letztes Level schaffen wir noch. Und zwar YouTube Adventure. This is a YouTube Adventure. Bla 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 bla. Interessiert keinen. Hey there. Start your YouTube Adventure. Ja. Das starten wir sehr gerne. Das ist alles vollkommen legitim. Oh ja. Hier. Klar. Eine Videokamera. Oh. So eine hätte ich auch gerne. Voll cool. Das ist doch das Quadratmodell. Finde ich. You start your YouTube alive with a gaming video. Plus 59 Subs. Sehr cool. And you continue your life with tutorials of how to use your Pogo. Plus 2600 and 4 Subs. Das ist sehr schön. Ich habe immer noch mehr. Okay. But comes your first haters. They hate you. Das ist aber kein gutes Englisch. They hate you. And you know. You are so sad. You decide to make some life on which. Which. Okay. Okay. Nee. Twitch ist eigentlich eine Hexe. Your life wasn't cool. And you know it. People didn't like your life. Minus 2684 Subs. Oh nein. Oh nein. Ich weiß nicht wieso weitergehen soll. People hates you. You are the worst. Sena nie meme. There is just nasty comments on your channel. Oh nein. Der Albtraum eines jeden YouTubers. So viele böse Kommentare. Nein. Ich will nicht. Okay. Komm. Ähm. Das. Oh. Ich bin jetzt hier stecken geblieben. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Oder? Okay. Oh. Oh. Gott. Das will. Verdammte Scheiße. Punp. Punp. Is that all? Is your channel doomed? Is it? Or is it not? But do you want to know the next of your story? If this is the case, just rate the level. Episode 2. Ach, halt doch, deine Fresse. Nee, ich, ich. Okay, komm, das war doch schon relativ cool. Ich gebe dem 5. Ach, nee, ich will mich nicht einloggen. Wir gehen zurück ins Menü. Das war ein relativ scrappiges Video. Aber falls es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich trotzdem sehr über eine positive Bewertung freuen. Und ihr könnt mal gerne schreiben, ob ihr gerne etwas mehr von solchen Flash Games sehen wollt. Während ihr das hier seht, bin ich wahrscheinlich gerade im Urlaub. Ich komme am 6. wieder. Es kam jetzt auch, ich habe gesagt, es kommt jetzt wieder regelmäßiger was. Wird es auch kommen. Ich habe immer noch ein Projekt in Planung. Da kommt noch was. Wenn ich dann noch aus dem Urlaub zurückkomme, dann wird wahrscheinlich auch das Projekt, was ich schon länger jetzt in Planung habe, endlich starten. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Bis dann, bleibt schleimig und tschüss.